Hey Leute, in diesem Video geht's um 5 Fragen zum neuen Corona-MRNA-Impfstoff. Erstens, wie wirkt er? Alle Impfungen haben dasselbe Grundprinzip. Unser Körper soll mit dem Virus oder einzelnen Virusbestandteilen in Kontakt kommen, damit unser Immunsystem es kennenlernen kann. Es wird sozusagen eine Infektion vorgetäuscht, damit unser Körper Antikörper gegen das Virus ausbilden kann und es bei richtigem Kontakt dann sofort unschädlich machen kann. Das Besondere am neuen mRNA-Impfstoff, hier wird nicht das gesamte Virus oder einzelne Virusbestandteile in den Körper gespritzt, sondern lediglich der Bauplan für ein Oberflächenprotein des Virus. Und dieser Bauplan liegt in Form der mRNA vor, das steht für Messenger-RNA. Hier wird also eine bestimmte Message, eine Botschaft an den Körper vermittelt, nämlich wie er dieses Virus Oberflächenprotein in unseren eigenen Zellen selber herstellen kann. Es geht hierbei um das sogenannte Spike-Protein, mit dessen Hilfe SARS-CoV-2 in unsere Zellen gelangen und sie infizieren kann. Gelangt die Impfstoff-mRNA jetzt in unsere Zellen, dann werden diese zu einer Art Virusfabrik umfunktioniert. Es werden also ganz, ganz viele Virusproteine in unseren Körperzellen produziert, die dann von unserem Immunsystem als fremd erkannt werden und eine Antikörperbildung auslösen. Aber fremde Gene in meine Zellen einschleusen? Was, wenn sich das Virusgen auf einmal in meine DNA einbaut? Aus chemisch-strukturellen Gründen ist das gar nicht möglich. Die Erbinformationsvirus und auch die Impfung besteht aus RNA. Unsere Erbinformation dagegen aus DNA. RNA, DNA, das klingt zwar ziemlich ähnlich, die sind sich aber doch so unähnlich, dass sich RNA nicht einfach in DNA einbauen kann. Sowas hat man in 60 Jahren RNA-Forschung noch nie gesehen. Aber selbst wenn das möglich wäre, dann wäre es gar nicht relevant, denn das Virusgen müsste dafür erstmal in unseren Zellkern kommen, dort wo nämlich unser Erbgut gelagert wird. Aber weder das Virus selbst noch der Impfstoff kommen dorthin, weil der Prozess der Proteinherstellung außerhalb unseres Zellkerns im Zellplasma stattfindet. Jetzt gibt es aber Spezialisten, die sagen, Moment, was, wenn sich die RNA des Virus in DNA umwandelt, diese DNA dann in den Zellkern geht und sich dort in meine DNA einbaut? Denn es gibt ja zum Beispiel Viren wie HIV und die können mithilfe eines Enzyms ihre RNA in DNA umschreiben. Das stimmt zwar, aber HIV kann nur seine eigene RNA in DNA umwandeln und nicht irgendeine beliebige RNA, die da in der Zelle gerade mal rumschwimmt. Dazu fehlen benötigte Strukturen, die man Primer nennt. Es gibt also wirklich momentan keinerlei plausiblen Mechanismus, dem man sich vorstellen kann, wie die Impfstoff mRNA sich in unser Erbgut einbauen soll. Zweitens ging das nicht alles viel zu schnell? So manch einem wird ein wenig mulmig bei der Vorstellung, dass ein Impfstoff, der normalerweise 10 bis 15, manchmal sogar 20 Jahre für die Entwicklung benötigt, jetzt innerhalb von einem Jahr auf den Markt kommt. Geht es da wirklich mit rechten Dingen zu? Oder sind wir etwa Versuchskaninchen der Pharmaindustrie für eine groß angelegte Impfstudie? Nein, es gibt mehrere gute Gründe dafür, dass wir den Impfstoff so schnell entwickeln konnten. Erstens konnte man bei der Impfstoffentwicklung auf die Erkenntnisse der Entwicklung anderer Impfstoffe zurückgreifen, zum Beispiel gegen das SARS-Virus oder das MERS-Virus, die so ähnlich wie das SARS-CoV-2-Virus sind. Man hat also kein forschungstechnisches Neuland betreten, sondern konnte auch Vorwissen aufbauen. Zweitens hat man enorme Ressourcen, Energie, Geld und Wissen in diese Impfstoffentwicklung gesteckt. So viel wie noch nie. Viele Firmen haben der Covid-Impfstoffentwicklung höchste Priorität eingeräumt und andere Projekte dafür auf Eis gelegt. Die Wissenschaftler der gesamten Welt haben gemeinsam an diesem Ziel gearbeitet und eine Menge staatlicher Fördermittel sind geflossen, was die Entwicklung so unglaublich schnell vorangetrieben hat. Und außerdem wurde der Prozess der Impfstoffprüfung beschleunigt. Viele Phasen, die normalerweise nacheinander über mehrere Jahre ablaufen würden, hat man jetzt einfach parallel laufen lassen und behördliche Genehmigungsprozesse verkürzt, was enorm viel Zeit gespart hat. Das bedeutet aber nicht, dass man einfach mal ein Auge zugedrückt hat und irgendwelche Sicherheitsanforderungen reduziert hat oder notwendige Prüfungsschritte einfach weggelassen hat. Man hat einfach nur an einem Strang gezogen, um so schnell wie möglich einen sicheren und funktionierenden Impfstoff zu haben und mit Erfolg. Der neue mRNA-Impfstoff hat in Studien eine Schutzwirkung von über 95 Prozent ergeben. Drittens, welche Nebenwirkungen gibt es? Das sind im Prinzip die klassischen Nebenwirkungen, die ihr auch schon von anderen Impfstoffen kennt. Wie etwa Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen und Fieber. Also im Prinzip Symptome wie bei einer leichten Grippe. Diese Nebenwirkungen wurden an mehr als 10.000 getesteten Freiwilligen beobachtet. Selten, aber möglich sind außerdem allergische Reaktionen. Deswegen sind zum Beispiel Menschen mit starker Allergieneigung, also so stark, dass man ein allergisches Notfallset mit sich rumtragen muss, erst mal von der Impfung ausgenommen, weil man hier einfach besonders vorsichtig sein möchte. Welche langfristigen Nebenwirkungen es gibt, weiß man noch nicht. Das weiß man aber nie bei neuen Impfstoffen. Das ist immer Teil des Restrisikos, weil sich manche extrem seltene Nebenwirkungen manchmal auch erst nach Jahren zeigen. Um so früh wie möglich darauf aufmerksam zu werden, geht natürlich die Überwachung des Impfstoffs auch nach der Markteinführung weiter. Es soll zum Beispiel in Zukunft eine App auf den Markt kommen, mit der man sofort mögliche Impfkomplikationen durch den Covid-Impfstoff melden kann. Viertens, wann kann ich mich impfen lassen? Bis jetzt sieht der Plan der Bundesregierung folgendermaßen aus. Hier in Deutschland werden in sechs Gruppen eingeteilt, die im gesamten Jahr 2021 geimpft werden sollen. Hier habe ich euch mal eine Tabelle eingefügt, da steht genau drin, wer wann geimpft werden soll. Wahrscheinlich werdet ihr zu der sechsten Gruppe mit 45 Millionen Menschen zählen, die erst ab Dezember 2021 geimpft werden. Denn das sind alle unter 60-Jährigen ohne Vorerkrankung, die nicht in eine der anderen Gruppen fallen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt einfach mal kurz auf Pause drücken und die Tabelle genauer studieren. Aber hier geht es jetzt weiter mit Frage Nummer 5. Es fehlen im Moment noch Daten dazu, wie wirksam die einzelnen Covid-19-Impfstoffe sind und auch wie lange der Impfschutz anhält. Das beeinflusst aber, wie viel Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen müsste, um die Pandemie einzudämmen. Momentan geht man in mathematischen Modellen von einer 70-prozentigen Impfquote aus, um die Verbreitung des Virus so weit einzudämmen, dass eine Art Herdenimmunität oder ein Herdenschutz entsteht. Allerdings kann man momentan nicht voraussagen, inwiefern eine Immunität, also der Schutz nach einer durchgemachten Erkrankung oder eben nach einer Impfung, überhaupt die Virusübertragung unterbindet bzw. wenigstens so weit verringern kann, dass man es nicht weitergibt, wenn man erneut mit dem Virus in Kontakt kommt. Ein Problem, das auch immer wieder diskutiert wird, das Virus könnte mutieren und die Impfung komplett unwirksam machen. Schon jetzt gibt es ja immer wieder Meldungen von mutierten Erregervarianten, wie zum Beispiel vor kurzem die in England, die zu einer extrem beschleunigten Verbreitung des Virus beigetragen hat. Bis jetzt gibt es noch keine Hinweise darauf, dass die Impfung dagegen weniger schützt, aber die Sorge ist natürlich groß, dass die Schutzwirkung der Impfung nur für eine begrenzte Zeit anhält. Dann müsste man vielleicht, wie bei der Grippeimpfung, jedes Jahr wieder erneut gegen Corona impfen. Das kann man aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen und euch vor allem die Angst vor dem neuen Corona-MRNA-Armstoff nehmen. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!